so oder sind schon Christian das Wort auch gleich und ich bin ein bisschen müde ich guck mal ob das jetzt alles funktioniert wie soll immer einen naja macht noch so ein komischen Kram ja mal gucken das müsste jetzt eigentlich alles funktionieren die habe ich abgeschlossen das heißt ich kann jetzt die machen so ähm was haben wir hier unten kommst du ist nichts besonderes nichts ja ohp alter hörst du mal auf damit alter so wir gehen jetzt in den Ernst des Lebens oder so genau auf ins Uhrwerk ja tiefe 1 wir nähern es uns dem Untergang endboss endboss incoming endboss incoming 9 FPS warum geht mein FPS im Ladescreen übelst runter weiß ich nicht aber weil der Ladescreen irrelevant ist wahrscheinlich aber ich werde von dem Ladescreen auch wieder mhhh ja was sag ich da ist mehr eine Aufnahme neu da 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 es geht immer noch nicht was denn ich bin gleich wieder da wir schauen mal kurz wie es ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich 3 jetzt geht es wieder und kurz mal in die Prüven das war es gleich und so jetzt ich werde jetzt hier hier macht es nach dem nicht der Kündigungser gegeben stimmt es schon wieder der 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 bis bis war Die lebt nur extrem schnell nach, das war's Und sie betäubt, einfach so, random Bin mal kurz weg Ja, es gibt stärkere Waffen Hier, Damage-Test Immer die Leute, die die aufhören, sind ja mega Schlimm, ne? So Anstrecken Ja, damit dir das also üblich gute Dinge mitbrücken Kick ihn aus meiner Explosion raus Genius Ich san ja das Schwach, Alter Was ist das? Ich san ja das Schwach, ich mag die nicht Ja, ich nehme auch gleich das Schwert daran Das sind zwei Schwertern, oder was? Ach, ich habe das Schwert Schwertbombe Ja Ich bin's hier mit ner Bombe Ja, der Loot fehlt für uns beide einzeln, also jeder muss seinen eigenen Kram aufheben Nur kurz zur Info Mach mal auf Was? Ja, die Bombe betreibt auch Ich lasse ein sie kurz durch Blablabla Bum Blablabla Kuro eine zum Upgraden und das ist ein Slimes ich dachte das wären Hehehehe Ohja Hehehe Hatte ich nicht drauf geachtet, sonst seh ich das ja aber Ja, hab ich auch nicht Ich stand noch fies da drinnen Well played Well played Dr. Evil So weiter gehts Ich bin jetzt Oh Mit dem Schlüssel Mehanex Ooooooh 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 Heißt die Kampf Sprites oder Kampf Spirits? Ich weiß es nicht, aber ich glaube in der englischen Version heißen die auch Sprites Die läuft Oh, gleich wo du bist und ich würd zu feiern, alter Eigentlich Kriegen Fressel Ooooooh Nein Ich bin ein netter Mensch Hahahaha 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 Kleine sind mehr sofort bestraft Läufe ich mit Falltasten Wohl Ehm schlag nicht zu Was? Ich geh wieder Maus Ich lauf mit W-A-S-A-D Läuft sie eh? Ich meine es ja Komm es gibt es gibt eine meinung und die richtige vor dass die dinge noch nicht so viel schaden da wäre es wieder voll brutal meiner das ding ist viel genau mieser killsteam dann wollen wir weiter so profi ich mag bomben behält eigentlich so wir sollen hier die sollen hier die wir haben jetzt hier so ein kampfsprite dabei der uns leider nicht zu trinken gibt so war das ein schlechtes wortspiel ein schlechtes wortspiel nicht mitbekommen da wird ja mit dem kursprite dabei und wort so wie wir uns vielleicht können wir uns in den kaufstuhl musst du nicht so ich glaube ich kriege es noch zumindest drei von den Kollegen wir kriegen jetzt die anderen auch dazu hatte den Kleinslöscher dabei ohne momentan ist leider immer dabei weil ich nicht wusste dass ein bisschen haben wir ich meine der ist heftig das war die einsterne weil das bleibt so schon nicht so stark wie das Ding die Axt ist ein Stern ja, sag ich ja das Slime Slayer nicht ne der ist Null aber der Slime Slayer würde hier wesentlich mehr Schaden machen möglich ja genau jetzt ist hier so ein oh nice ja also die weißen Pillen sind gegen Status Effekte das ist relativ selten wird es genutzt joa also ich vergesse das immer so später in höheren Ebenen ist das schon sinnvoll wenn man dann halt wirklich so richtig heftige Dots drauf bekommt oder so, aber an sich ist es nicht so relevant jetzt am Anfang gerade ich hab den Big Beast Bashar dabei Big Beast Bashar! in der Hurt in der Hurt oder so wir sehen vielleicht benutzt hier den Feuer oder kann man sehen ist das Slime? das Level? ich weiß es nicht, aber ich nehme den Big Beast Bashar mit oder? ja, den Big Beast Bashar, komm da wollen wir mal gleich bescheiden, was das für Levels ist scheiß Schummler Slime 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 ja kannst wir gleich sagen, wie viel Schaden der macht ne? 15 bis 18 nein, der macht echt mehr ist ja auch eine Schaufel, Junge die Feuerdinger zerstören das Strom in mir heute so, äh ja, sie ist extra Schild da Gremlin oh wir werden weg, flogen was oh 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 okay das war Pro ja, hast du mich gerade eben in den Giftsheolus völlig ins Leben geschmissen? brauchst du hier doch gar nicht, mach keinen Schaden ich hatte mich auch nur verdrückt, eigentlich wollte ich die Hinkatzeln kann ich auch mal eine nehmen so alles einzummeln da sind Slimes zwischen so den stärkeren Angriff hast du den auch bekommen? welchen? machst du das da oben kaputt da vorne? welchen Stärkeren Angriff habe ich bekommen? egal, alles gut dann anscheinend nicht ach, willst du die Stärkung? ne, die habe ich nicht bekommen kommst du rauf? gut 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 mal da lädt auch hyperlang auf so so später später glaube ich 13 oder so so oh plus 2 live jetzt habe ich mit dem slamslash auf mir angreift 20 schaden vitale google die tat jungen ritart 9 fps das war falsch schmilch wow vertreib vertreib jetzt bei mir jetzt durchdreht jungen christian greife an ja jetzt gehts wieder 9 close paid close aber ich glaube es gibt für jeden eine einzelne mission und so jetzt sind wir erst nur um clockwork terminal ach so 600 kreuz nicht schlecht das hat schon mehr gegeben jetzt weiter du jetzt seppuru ich nimm den seppuru mit dann kriegt gold so ich denke heute haben wir geleistet ja ich würd' auch sagen wir haben jetzt den ersten kollegen da gesehen ich schmiede auch noch schnell meine so ich schmiede auch noch mal kurz er sm8 formulas erhalten einen doppelten levelanstieg ja das zeige ich euch später so mit dem demoanstellung zu etwas was da es gibt wie wir unseren erst einmal dann Tschö-höh-höh-höh.